Die goldene Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung des Handwerks. Und diese wird alljährlich im Rahmen des Neujahrsempfangs der Handwerkskammer verliehen. Und mit diesen Bildern möchte ich Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung von HWK-TV begrüßen. Ob als Obermeister, als Lehrlingswart oder in Prüfungsausschüssen, über Generationen hinweg haben die jüngst bei der HWK ausgezeichneten Ehrenamtsträger Handwerker bei ihrer beruflichen Laufbahn begleitet und unterstützt. Vom Lehrling zum Gesellen zum Meister. Ein Engagement parallel zum betrieblichen Alltag über Jahrzehnte hinweg. So im Unternehmen von Heribert Bläser aus dem Westerwald, der vor über 50 Jahren seine Meisterprüfung ablegte. Erinnerungen. Ja, die war im Jahr 1953, habe ich die gemacht. Von Januar bis Juli war ich in Karlsruhe. Da haben dann meine Meisterprüfung gemacht. Vorher hatte ich ja dann die Gesellenprüfung einmal als Elektroinstellateur und dann auch als Elektromaschinenbauer. Im 1. April 1943 kam ich in die Lehre und das war natürlich eine böse Zeit. Dann musste man sich auf den hohen Boden setzen, musste sehen, dass man selber irgendwie sich was beibringen konnte. Es war ja sonst niemand da. Und dann hinterher war das natürlich besser. Wenn man dann natürlich sieht, was heute in den Berufsschulen los ist, was da alles geboten wird, das ist doch enorm. Über 40 Jahre führte Heribert Bläser sein Unternehmen und hat die Nachfolge inzwischen in treue Hände von Sohn Hans-Jörg, natürlich auch Handwerksmeister, gegeben. Vom Ein-Mann-Betrieb zum Unternehmen, das heute in ganz Europa tätig ist, so lautet die Erfolgsstory des Westerwälders, der stolz auf das Geleistete sein kann. Wie auch Hermann-Josef Diekmann, dreifacher Handwerksmeister aus Prohl-Lützing, der seine Ehrennadel für jahrzehntelanges Engagement im Gesellenprüfungsausschuss und als Obermeister erhielt. Mit seinem Einstieg ins Unternehmen 1966 übernahm bereits die vierte Generation das Ruder. Also hier gegründet wurde die Firma wahrscheinlich vor 1900 von Urgroßvater Mütterlicherseits. Wurde übernommen von meinem Großvater, Klempnermeister Bernhard Pestel. Dann heiratete mein Vater ein. Ich habe zu Hause gelernt beim Vater und habe dann noch Gesellenjahre gemacht in Sintich und Bad Codes versponnen. Bin nachher zurück, habe bei Meister Krampen, die Kooperative Meisterprüfung, absolviert als Klempnermeister, 1960 und habe dann 1965 von der Mutter die Firma übernommen. Habe ganz klein angefangen mit einem Lehrling, habe mich dann langsam hochgeschaukelt, mehr oder weniger dann, wir haben schon bis zu zehn Mitarbeiter gehabt dann. Mittlerweile sind wir bei sieben, acht Mitarbeitern und bin nach wie vor in der Firma drin. Meine beiden Söhne haben sich auch zum Handwerk bekannt und wenn die Söhne eines Tages weitermachen, dann den Betrieb weiterführen, dann wäre das die fünfte Generation. Also so gesehen schon ein Traditionsbetrieb an für sich. Ein Handwerker mit Herz und Seele, das ist Hermann Josef Diekmann, der diese Philosophie auch seinen Lehrlingen vorlebt. Kein Wunder also, dass sein zweiter Lehrling in die Fußstapfen als Obermeister getreten ist, der vor über 30 Jahren im Bad Preisiger Unternehmen ausgebildet wurde. Um die Bereiche Ausbildung und Meisterprüfungsausschuss haben sich die Träger der goldenen Ehrennadel verdient gemacht. Aber auch hier im Bauzentrum der Handwerkskammer in Koblenz wird Ausbildung großgeschrieben. Und welche Wünsche und Zukunftspläne die Auszubildenden hier haben, das haben sie uns jetzt einmal verraten. Meine Pläne für die Zukunft sind erstmal die Ausbildung gut abschließen und dann einige Jahre noch als Geselle arbeiten und dann den Meisterbrief. Meine Pläne für die Zukunft sind halt der Schreinermeisterbrief. Und zwar möchte ich nach der Lehre zwei Jahre Betriebserfahrung machen, halt in der Schreinerei, ist ja klar, als Geselle. Und dann möchte ich auf die Meisterschule und danach möchte ich gerne von meinem Vater die Schreinerei mehr Bote übernehmen. Das Thema Ausbildung wird uns auch weiterhin bei HWK TV begleiten. So auch schon nächste Sendung, denn dann geht es um den Ausbildungsberuf des Kfz-Mischadronikers und um die Leidenschaft für Autos. So viel für diese Sendung. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katharina Buchsieb. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katharina Buchsieb.